Willkommen Hobby Enthusiasten zum Minimal Tabletop Video Adventskalender mit Weihnachtsideen rund ums Hobby, Quicktips und mehr. In diesem Video zeige ich, wie ich die lebende Heilige Sankt Celestine bemale. Ich mache diesmal allerdings kein ausführliches Tutorial, aber verlinke die Farbrezeptur definitiv in der Beschreibung zu diesem Video. Zur Weißglinzen und Rüstung wird es auch noch ein Quicktip Video geben. Den roten Stoff und die Haut habe ich diesmal mit Kontrast bemalt, weil ich ein wenig Zeit sparen und meine Kontrastfarben ausprobieren wollte. Das samte Nerode ist echt gut geworden. An der Haut werde ich aber irgendwann in der Zukunft noch etwas feilen, aber für jetzt bin ich zufrieden. Jetzt sind die Flügel und andere Details auf der Rüstung dran, die ich gerne in Runal Brass hätte. Ich benutze auch Retributor Armor und Lead Belcher für die goldenen und Metall Details. Hier ist noch das flammenglühende Schwert und die Reinheitssiegel. Quicktips hilft zu folgen noch und Celestine ist bereit als leuchtendes Symbol des Schlachtfelds zu erhellen oder auch einfach toller Weihnachtsschmuck zu sein. Ich hoffe dir hat das Video gefallen und falls du Fragen zum Farbschema hast, schreib mir einfach in den Kommentaren. Ich helfe super gern weiter. Ich wünsche dir und deinen Liebsten weiterhin eine entspannte Vorweihnachtszeit und vergiss nicht, Keep fighting Grey Plastic! Das ist die Antwort in den Kommentaren. Also ist das Video gefallen.